Ja, herzlich willkommen zu unserem dritten Teil. Heute ist es noch ein bisschen interessanter. Das heißt, wir haben so ein bisschen euer Herz-Kreislauf-System. Das heißt, der Puls geht ein bisschen nach oben, wird euch ein bisschen warm werden, fangen wir auch wieder ganz locker mit einem Warm ab und dann geben wir den Hauptteil in den Workout. Hinterher nochmal ganz kurz zwei Übungen zu dehnen, damit wieder locker aus der Geschichte rauskommt. Und dann starten wir einfach mal mit unserem Warm ab. Das heißt, hier habt ihr mal einen hüftbreiten Stand. Versucht da nochmal die Arme gesteckt zu lassen. Finger greifen, genau. Die Arme rüber nach vorne führen. Genau. Auch das wieder 60 Sekunden lang das Ganze. Locker das Warm ab. So, noch drei, 60 Sekunden. So, noch drei, 60 Sekunden. So, noch drei, 60 Sekunden. So, noch fünf. Drei, zwei, eins. Und rufen natürlich durch die Arme ausschütteln. Ja, ja. So, in einem hüftbreiten Stand. So, legen wir die Arme nach oben, legen wir die Arme an. Und dann, legen wir die Tiefe nicht in den Wolken runter. Dann kommen wir nach oben, fügt in das Recht, die Kies und die Hälfte. Genau, wieder runter in die Tiefe. Und seinen Wechsel. Ursprünglich von der Tiefe Sports. Genau. Und das wiederum, 60 Sekunden. Genau. Vorreaktion. Gut. paar Reis auf drei, 60 Sekunden. Noch 15 Sekunden. Drei, zwei, eins. Wieder keine Pause, wir kommen zur nächsten Aufklärung. Und wir haben die Hüfte dazu, wir lassen beide Standen. Dort können wir die Hände in der Hüfte abstützen oder die Arme bleiben, seien wir auch so ganz klar. Wir drehen uns in den Sternen. Mit der Hüfte ab und runter zu. Ich habe keine Pause, aber ich habe sie mit dem in die Hüfte ab und runter. Das ist eine gute Sache, was wir die Hüfte zu tun, was wir haben heute sind出来. Ich kann nicht mehr Hüfte und viele Ereignen nun in der Hüfte ab. Ich kann nicht mehr Hüfte ab und runter bzw. Ich kann nicht mehr Hüfte ab und runter. Dann kann ich uns auf die Hüfte absolutionne gehen. Wir haben noch 30 Sekunden, noch ein Löffel, das Warm-up, schön hütteln hier, 15 Sekunden, noch 10, 3, 2, 1, und wieder kleine Pause, hier kommt unser Hauptteil, jetzt kommen wir zum Workout, das heißt, wir machen eine tiefe Kuhbeuge, und zwar hier runter in die 90 Grad, deswegen wir bleiben dort unten, und wir winken ganz leichter außen ab, das ganze 1 ist von hier, ganz kurze Bewegung, schon die Vorderseite, ein bisschen Gesäßmuskler, das wohl noch, ganz kurz auf und ab und noch 10 Sekunden auf die Oberschäule drinnen, das schlafen wir locker, noch 5, 3, 2, 1, und wir haben keine Pause, wir machen gleich weiter, wir machen Pawns und Climbers, also kommt runter in den Hingestütz, auch gar wieder, fügt euch 2 Varianten an, geht wieder runter in den Hingestütz, so rechter Fuß geht nach vorne, geht ganz kurz die Matte vorne an, geht wieder zurück, das wäre also die andere Variante, genau, wieder ganz kurz zurück, Feinwechsel, so, oder die etwas schwere Variante, im Wechselsprung, genau, wir mutieren nach außen, nach rechts einmal an, genau, nach links, nach rechts rüber, genau, die Hände mit langer Platz, das ganze auch wieder gleich zu können, entweder die einfache Variante, nach vorne, nur ganz kurz, rot rein ticken, jetzt rückkehren, oder die anschlussvollere Variante in Wechselsprung, genau, rechts rüber, die Händebreite, nach rechts, genau, noch 5, 3, 2, 1, und nächste Übung für euch. So, wir kommen zum Aufsteiger, jetzt nehmen wir unser Hocker zur Hand, das steht voll Hocker, versuch nur ganz kurz oben, Sitzfläche oder das Hocker oder Stuhl geht natürlich auch, zum Berühren wieder zurück, und Beinwechsel, dann langsam erst einmal, oder natürlich sagen, Mensch, ich habe genügend Energie, ich kann auch schneller, schneller, sehr, ganzer, genau, oder wieder in Wechselsprung schnell, den Hocker zu kurz, wo du siehst, den Berühren, und auch das Gesicht, Unterhaken, Kopf, 3, 2, 1, und sehr gut. So, dann gehen wir wieder beiseite. So, wir haben jetzt den tiefen Ausfallschritt, und das geht runter, einen tiefen Ausfallschritt, wenn du das Bein vor dem Legerhand gerührt, vorne die Fußspitze, Legerhand, Fußspitze gerührt, dann kommen wir nach oben, zieht das ganz richtig nach oben, aus anticken, aufrichten, Pnieerhand ziehen hoch, das recht mal, gut, dann kommen wir nach oben, aus dem Ausfallschritt, ja, einmal kurz mit der Hand und die Fußspitze anticken, peacefullyfort aus tekst und jetzt wieder frei runter, noch delight. Jetzt kommen wir nach rechts, und nach rechts oben die Fußspitze geöffnet rồi, wenn wir nach rechts, nach rechts oben die Fußspitze durch das wollen wir nach rechts oben. So, bitte schön, ein bisschen Lauf auf der Fußspitze, Armdruck weiter weg. Ja, sehr gut. Und wieder Atmung, die Lichterbücher halten, die Lockerbeinhaten rein. Und wieder Atmungspitzen, noch die Sehne kommen. Und wieder Atmungspitze. 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 Noch zehn, und noch fünf. 3, 2, 1, keine Pause, die gleichen weiter, das heißt wir kommen in den Liegestütz. Beine Hand. Jetzt sind die Hände unter dem Schultergelenk, das ist mit eurer rechten Hand die linke Fußspitze zu berühren. Nämlich zur Verlagerung, genau, rechten, ab, brem, da muss ein kurzer Liegestütz sein. Du kannst kurz mit der Hand hinten um den Fußspitzen zu berühren, Beine rein gestreckt, genau, super, ja. Und Zeit im Nächsten, ja, Achtung. Ich denke mal, letzte Kraftübung, 30 Sekunden, ganz kurz, Fußspitze anticken, dann Seitenwechsel, genau. Wir haben noch 10 Sekunden für euch. Noch 5, 3, 2, 1, und sehr gut. Jetzt kommen wir zu eurer Gehung, das heißt wir sitzen auf der Matte, sind wir uns natürlich zu entspannen, sitzt auf der Matte, hat die Beine gestreckt, hier über die Urte und hinter. So, das ist, ihr legt die rechte Fußschule, dann immer schon die Innenseite, links Beine strecken, mit der Neige davor fliegen, eure linke Fußspitze zu über, zieht ihr nach vorne, bleibt dort. Spannend halten, Knie bleibt schön unten. Auch da wieder eure Atmung achten, tief ein- und ausatmen dabei. Jetzt zieht ihr euch schön nach vorne, das Rundebein auch gestreckt. Noch 10 Sekunden halten, Spannung. Noch 5, 3, 2, 1, Hintel, wechselseite. So, das Rechtebein gestreckt, die linke Fußschule an der rechten Fußschule an der linken Seite. Auch da rein, wieder in vorne. Mit der Hinnerspritzen, mit der Eifelspritzen, schön rückwärten, rückwärten. Atmen nicht vergessen. Noch 15 Sekunden. So, Atmung. Beide kommen aus. 10 Sekunden. Knöpfe. 3, 2, 1. Gute Rödebespannung wieder. Wir kommen in den Ferseinsitz, Das heißt, Vierfüßverstand, setzt euch hinten auf die Ferse. Auf die Ferse setzen. Zugehört, ihr könnt also nehmen die Stirn auf die Matte. Wir haben es seitlich. Wie in eurer Vorstellung, die Hunde zeigen. Ihr könnt schon rot werden. Stirn ablegen, nicht gut werden. Aber den Spannen ein bisschen bleibt. Dort, der W-Up und Tief und Ausatmen dabei. Spann dabei. Und nochmal. So. Zehn Sekunden für euch. Spannend. Fünf. Drei. Zwo. Eins. Und dann kommt ihr langsam wieder nach oben. Lüft euch auf. Ja und ihr habt es geschafft. Dritte Woche um. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Wir halten euch weiterhin auf dem Laufenden. Dass das Corona betrifft. Aber es hat Spaß gemacht. Wir werden wieder. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß da bereit zu haben. Peace. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020